Hallo liebe Leute und herzlich willkommen in Heikes Landhausgarten. Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeig für Heikes Landhausgarten Video. Ja, und jetzt möchte ich euch erstmal einen kleinen Wochenrückblick von dieser Woche geben. Ja, wir haben jetzt 14 Tage, hatten wir ja fast 32 Grad Sonnenschein, keinen Regen. Das Wetter war herrlich, es war manchmal sogar schon zu heiß. Ja, und da haben wir uns am Montag dann ganz schnell entschlossen, wir fahren morgen nach Stade. Ja, Stade gebucht, dann im Garten alle Blumen durchgegossen, alles in Ordnung gebracht, was noch sein musste, Koffer gepackt und dann sind wir Dienstagmorgen nach Stade gefahren. Da hatten wir richtig schöne Tage. Das Wetter war schön, wir sind dann mit dem Fahrrad den Elbelradweg gefahren, nach York, durch das alte Land zurück. Es war also wirklich eine richtig schöne Zeit. Ja, am Donnerstagabend waren wir dann wieder zurück. Freitagmorgen, Blumen gießen, Donnerstagabend natürlich auch schon, Freitagmorgen nochmal, weil die konnten jetzt Wasser gebrauchen. Und was passierte dann? Gestern Mittag ging das los, so in den frühen Nachmittagsstunden mit Regen und Gewitter. Ja, da stand ich dann jetzt da. Wie drehe ich jetzt noch ein Video? Ja, und wie ihr seht, es regnet immer noch. Ja, wir haben jetzt Samstagmittag. Ihr hört es da hinter mir immer noch plätschern. Und ich schaffe es wirklich nicht, ein Video bei diesem Wetter aufzulegen. Das geht gar nicht. Ich kann ja auch nicht mal draußen jetzt diese Einweisung und diesen Vorspann machen. Naja, liebe Leute, darum entschuldigt das bitte, dass diese Woche kein Gartenvideo reinkommt. Aber ich habe keine Videos vorgedreht. Ich bin ja noch ziemlich neu bei YouTube und ich drehe die Videos wirklich immer in der laufenden Woche. Also wenn sonntags ein Video kommt, das wurde dann in der Woche aufgenommen. Es sei denn, einige Clips mache ich natürlich für die Gartenrundgänge, wenn ich mal so durch den Garten gehe. Aber sonst nehme ich die Videos immer alle in der Woche vor dem Sonntag auf. Ja, und das klappt diese Woche nicht, darum entschuldigt das nochmal. Aber nichtsdestotrotz, macht euch einen schönen Sonntag. Genießt die Zeit. Wenn das Wetter morgen schön ist, dann werden wir mit Bekannten mit dem Fahrrad nach Bad Essen fahren und mit dem Schiff zurück. Das wird bestimmt ein schöner Tag. Und ich wünsche euch, macht es euch auch so schön. Und dann sage ich mal nochmal Dank, dass ihr euch das trotzdem angesehen habt. Und tschüss, bis nächsten Sonntag zum Video in Heikes Landhausgarten. Tschüss.